Hallo, willkommen. Mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de, Ihrem Online-Outlet für Marken, Sofas, Black, Du Trin, Du Mikro. Und ich zeige Ihnen heute die Garnitur Launcher von Himmola mit zweimotorischer Verstellung von Longchair, dem breiten Longchair und dem Anbausessel. Dazwischen ein Zwischentisch mit USB-Ladestation. Nicht USB, sondern Kontaktfläche. Also hier lege ich mein Handy drauf und das lädt dann. Hier zeige ich Ihnen schon die zweimotorische Verstellung. Die Schalter sind zwischen Armlehne und Sitz. Und ich kann mich hier ja wirklich ganz flach hinlegen. Der obere Rücken, den verstelle ich manuell. Der Rest geht mit zwei Kippschaltern. Einmal Kippschalter Rücken, kann also auch aufrechter bleiben. Und einmal Kippschalter Fußteil. Beim Anbaussofa oder Anbausessel, das ist eigentlich ein größerer Sessel, habe ich hier die Möglichkeit, die Zunge komplett einzufahren. Und habe dann hier auch ein ganz normaler, bequemer Hochlehnsitzkomfort. Wenn ich jetzt den Rücken steil stelle, dann sehen Sie das. Das obere Rückenteil kann ich nach gerade drücken. Armlehne hat die richtige Höhe. Sieht ein bisschen aus wie die Evita von Koinor. Ist auch die gleiche Designerin, die die Evita gemacht hat. Daher kommt es die Frau Hertie, die jetzt bei Himmola ist. Wir haben hier ein breites Longchair mit dem gleichen Komfort. Hier bleibt das Fußteil aber draußen. Kann aber abgesenkt werden, sodass ich zum Beispiel auch chillig liegen kann. So weit geht es runter. Der Rücken, zeige ich Ihnen auch, geht so weit hoch. Also habe ich auch einen etwas aufrechteren Sitzkomfort. Ich kann aber hier mich vollkommen lang machen. Dann brauche ich allerdings Platz nach hinten bei diesem Modell. Also Achtung, Sie können das nicht unbedingt an die Wand stellen, sonst können Sie die Funktion nicht nutzen. Sie haben hier viel, viel Bequemlichkeit. Ein tolles Büffelleder drauf in Farbe Ananas. Ein Zwischentisch in Nussbaum mit dieser Ladestation. Alles drin, alles dran. Nachteil dieser Garnitur. Nachteil, Platz nach hinten. Freie Stellen braucht auch Platz. Nur zwei Sitze. Vorteil, bequeme Sitze. Höchste Bequemlichkeit für Sie und Ihren Partner. Weiterer Vorteil, Verstellmöglichkeit, elektrisch alles, was Sie wollen. Also ich brauche nicht mehr. Nachteil zwei, Preis. Dieses Teil kostet so, wie es hier steht, im Fachhandel 6.000 bis 7.000 Euro mit der Ausstattung, denke ich. Bei uns gibt es ein Schnäppchen jetzt für, ganz frisch noch nicht mal ausgezeichnet, für 3.490 Euro plus Frachtkosten. Einen passenden Relax-Tessel 7905 haben wir auch noch dazu. Den können Sie separat finden im gleichen Lederbezug. Profischnapp.de, Ihr Online-Outlet für Marken zu versagt Danke. Wenn Sie die Möbel live sehen wollen, hier in 72186 Empfingen, ist das möglich. Montag bis Donnerstag mit Terminvereinbarung, Private Shopping. Freitag, Samstag haben wir geöffnet. Schauen Sie doch nach unter profischnapp.de. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und bleiben Sie uns gewogen. Danke und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de. Vielen Dank. Gib alles in hier. Untertitelung des ZDF, 2020